Hallo ihr Nüsschen und willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager19 zusammen mit Werder Bremen. Ja, wir sind wieder im normalen Rhythmus, beziehungsweise ich lade heute einfach nochmal eine Folge hoch. Einfach mal als Dankeschön für die letzte Folge, so wie die angekommen ist. Ja, wir haben heute in der Folge zwei schwere Spiele vor uns, auswärts auf Schalke und heim gegen Leverkusen. Vielleicht machen wir noch in Mainz, je nachdem wie weit wir kommen heute. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an. Und ich habe ein paar wichtigere Transfers oder was auch immer gemacht. Also ich habe mich mal um die Mannschaft ein bisschen gekümmert. Zum Beispiel, dass wir Johannes Eggestein für 2,2 Millionen wieder zurückkaufen, ist vielleicht jetzt in diesem Moment nicht die schlauste Entscheidung. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass Eggestein wieder da ist, damit er dann zusammen mit Maximilian Eggestein spielen kann. Denn dieser Brüderbonus, denke ich mal, der wird einfach krass sein über die nächsten Jahre. Und ja, das können wir so machen. Dann werden wir Eggestein jetzt im Winter zurückholen. Milo de Rashica versuche ich zu verleihen nach Huddersfield und dann mit einer Kaufoption von 7,75 Millionen, eventuell am Ende der Laie zu verkaufen. Ja, denn hier bringt uns Rashica jetzt nicht wirklich viel. Jan Fiete ab, eventuell nach Kreuter Fürth zu verleihen. Habe ich mir überlegt, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Denn ich meine, er hat eine 65, er ist 18 Jahre jung und ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Denn einerseits können wir ihn definitiv sehr gut entwickeln, aber andererseits werden wir Geld bekommen, aber ich bin jetzt einfach mal dagegen. Denn Pizarro verlässt uns am Ende des Jahres und ja, da sollten wir jetzt vielleicht ab schon ein bisschen aufbauen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Ein paar Spieler habe ich auch markiert, die sind jetzt im Blickfeld, heißt das ja glaube ich hier oder auf der Liste, keine Ahnung. Ja, Johannes Eggestein kommt her. Und gut, Max Kruse werden wir verkaufen müssen. Denn der will 15 Millionen Gehalt im Jahr und das geht so nicht. Also werden wir ihn für 10,5 Millionen nach Leicester verkaufen oder nach RB Leipzig oder Real Sociedad. Je nachdem, die bieten alle in etwa gleich viel, aber naja, also Leipzig wäre vielleicht ein bisschen scheiße, aber alles andere denke ich ist okay. Ja, Werder Bremen und Leicester einigen sich auf 10,5. Ja gut, Max Kruse wechselt nach Real Sociedad. Gut, da haben wir ihm ein paar Sachen gegeben, dass er sich das aussuchen konnte. Damit wissen wir, dass er im Winter weg sein wird und damit brauchen wir dann offiziell mal Ersatz. Ja, es wird auf jeden Fall eine kritische Entscheidung. Bevor wir jetzt das Spiel auf Schalke antreten, würde ich mal sagen, kümmern wir uns um die Blick... Was wollte ich sagen? Kümmern wir uns um die Blickliste oder wie heißt das? Blickfeld, genau. Da habe ich diese Spieler markiert. Die finde ich recht interessant. Lars Lukas May, 18-Jähriger mit einer 60, könnte sich entwickeln. Den kann man definitiv zumindest mal für die zweite Mannschaft kaufen. Und ja, wird auch nicht allzu viel kosten, 171.000. Dann haben wir da Naldo für 5 Millionen. Der hat eine 82 und ist 36 Jahre alt. Also das ist so die Idee, dass wir ihn vielleicht mal bringen, damit wir... Alles klar, ich habe gegen den Tisch getreten, läuft. Damit wir ihn dann vielleicht als Backup haben oder als Hauptverteidiger, solange er noch gut spielt. Robert Gühl von Gladbach, 16 Jahre jung, 60. Ja, Ablösefrei kriegen wir den aus der Jugend. Luis Pozenanski, was auch immer. Ich kenne den leider nicht so wirklich. Von Bayern aus der Reserve, 17 Jahre jung, hat eine 65 auf rechts außen. Also vielleicht sogar der Rashika-Ersatz, je nachdem wie gut er denn ist. Und Jan Fiete Arp ist ja bei uns bereits schon unter Vertrag. Also müssen wir uns da nicht drum kümmern. Ich habe mal geguckt, wenn wir Langkamm und Moisander verkaufen, hätten wir ungefähr den Wert von Naldo. Beziehungsweise, guckt mal was es hier gibt. Also Kaufangebot, guckt mal was es hier gibt, ein paar Äpfel zu kaufen. Nee. So, Ablöse für Naldo, 3,5 Millionen. Und ich denke, für jemanden, der eine 82 hat, ist das wirklich ein guter Preis. Und damit sollten wir es dann vielleicht sogar noch weiterhin schaffen, um weiter nach oben zu kommen. Wir können noch Anteil am nächsten Verkauf machen und eine Rückkaufoption für Naldo von 5 Millionen. Und damit kommen wir dann, können den Preis nochmal drücken auf 3,1 Millionen. Und damit würde ich mal sagen, könnten wir ihn definitiv kaufen. Wir haben ein Transferbudget von 14 Millionen, jetzt wo Kuse ja weggeht. Wir brauchen dann vielleicht noch einen Ersatz für Kuse oder wir bauen auf Jan Fiete Arp und Eggestein. Das war auch noch so ein bisschen mein Plan. Oder Martin Harnik. Also dann müsst ihr auf jeden Fall mitentscheiden, sollen wir auf Harnik bauen, auf Eggestein oder auf Arp. Das könnt ihr ja mal schreiben, so eure Meinung dazu. Wir werden jetzt erstmal ein Angebot abgeben für Naldo, 3,1 Millionen. Ich denke, da werdet ihr nichts gegen haben, oder? Also ich meine, so 3,1 Millionen für einen 280er. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, dann können wir hier noch Lars Lukas May kaufen für die zweite Mannschaft. Ihr seht es hier, keine halbe Million, 215.000. Ja, aus der Reserve von Bayern, wenn er tatsächlich eine 60 hat. Können wir auf ihn bauen. Robert Gühl aus der Jugend von Gladbach. Ja, machen wir ihm einfach so dieses Angebot hier. Ein bisschen noch Handgeld drauf. 200k. Und man kann ja damit in die zweite Mannschaft. Wenn er das annimmt, wäre das natürlich auch sehr gut. Den Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich glaube, der ist Pole. Ja, oder Deutscher und Pole so ein bisschen. Ja, das kann ich leider nicht aussprechen. Aber hier ist es ähnlich wie bei Lars Lukas May. Die Ablöse ist halt wirklich so. Unglaublich gering. Also hier, ihr seht es, 140.000. Und da würde ich mal sagen, können wir ihn definitiv holen. Das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein. Gut, dann auf Schalke. Ja, das Spiel gegen Naldo sozusagen. Ich habe mich jetzt mal für Harnik entschieden, auf dem rechten äußeren Flügel. Naja, viel mehr können wir nicht machen. Wir haben nicht wirklich eine bessere Mannschaft, die wir hier aus dem Hut zaubern könnten. Oder irgendwie was auch immer. Also geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Lasst euch nicht abschlachten. Was auch immer. Gut. Ähm, die Geschwindigkeit. Danke. So. Ja, ersten 15 Minuten. Sieht bisher noch ganz ordentlich aus. Kann ich schon mal die Spieler aufwärmen. Droppen hier auf der Bank jetzt zurückgekehrt. Burgsteller mit der gelben Karte. Bartels erstmal auf der Bank. Dafür spielt ja Martin Harnik, wie eben gesagt. Ja, viel mehr rotieren möchte ich in der Mannschaft gar nicht. Naldo sieht eine gelbe Karte. Und Davy Klaas mit dem Führungstreffer. Achtes Spiel. Klaas mit dem dritten Saisontor oder so schon. Ist er beinahe schon Topscorer oder was ist hier los? Ja, erste Halbzeit. Halbzeit Führung auf Schalke. Das wäre krass auf jeden Fall. Wenn wir das dann irgendwie über die Zeit retten. Nuri Sahin hat eine 4,0. Dann werden wir Barkfrede bringen. Und ja, sonst ist eigentlich alles ganz gut. Ja, da können wir nicht wirklich was machen. Wir können jetzt mal testen, wie es denn ist, wenn wir Kruse auf den linken Flügel bringen. Und Jan Fiete ab in den Sturm. Denn das war mal eine Taktik, die ich mir überlegt hatte. Und jetzt können wir die mal hier testen auf Schalke. Ob die dann einigermaßen gut funktioniert. Dass wir Jan Fiete einfach in den Sturm bringen und Kruse auf links. Der wird allerdings ja, oh mal gut, mit dem Ausgleich. Der Kruse aber ja schon. Und Borgstaller mit gelb-rot. Nice. Darf ich jetzt nochmal aufs erzählen, bitte? Maximieren Eggestein mit dem 2 zu 1 nach Vorlage von Kruse. Also zumindest Kruse spielt. Konzentriert super weiter. Ja, also dass wir eventuell Kruse auf links machen und ab. Irgendwie in den Sturm. Aber der Kruse ja nicht mehr da sein wird. Naja, wird das nicht wirklich viel bringen. Gut, konzentrieren wir uns aufs Game. 17. Minute, wir führen 2 zu 1 auf Schalke. Schalke in Unterzahl. Das läuft, denke ich mal, auf den Sieg hinaus. Also wenn wir hier auf Schalke gewinnen, das wäre richtig, richtig cool. Ja, 78. Minute jetzt gleich. Und ja, gelb-rote Karte maximieren Eggestein. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Dann würde ich mal sagen, bringen wir Langkamp für Arp. Können wir nicht machen? Harnik weg. Und setzen Langkamp noch da in die Mitte mit ein. Und dann machen wir noch eine Doppel-6. Backfredo und Klaassen. Und Kruse ins OM da vorne. Dass der die ganzen Bälle da vielleicht einfach mal hält und ein bisschen klären kann. Also jetzt einfach hier mit Fünferkette bloß dieses Unentschieden halten. Das wäre mir wirklich tatsächlich sehr wichtig. Dass es da nicht mehr zu Chancen kommt. Rudy sieht noch gelb. Und ist dieses Scheiß-Game jetzt mal zu Ende? Oh, Dreck. Da raste ich doch aus. Oh Mann, Junge. Mbolo in der letzten Sekunde, in der Nachspielzeit, noch mit dem Tor. Da hatten wir sie beinahe besiegt. Die Bremer verschenken Punkte gegen Schalke. Genauso sieht es aus. In der Nachspielzeit kommt Schalke nochmal mit Mbolo zum Ausgleich. Da haben wir einfach am Ende den Ball nicht mehr rausgekriegt. Was soll ich dazu sagen? Ja, verhandeln wir mit Naldo. Wie sieht das Ganze hier aus? Und ja, daran wird es wahrscheinlich scheitern. Naldo will nämlich Unmengen an Geld. Sogar noch krasser als Kruse. Ja, das wird alles nichts mehr bringen. Da hat er definitiv keinen Bock drauf. Ja, das juckt ihn überhaupt nicht. Der schluckt mein ganzes dreckiges Geld. 7 Millionen und das ist immer noch unglaublich viel. Wenn er jetzt 2 Millionen oder so fressen würde, dann wäre alles gut. Aber der verdient einfach so viel Geld bei Schalke und so, dass er einfach gar nicht zu uns will. Aber es wird schon passen. Jetzt du noch hier. Komm her. Danke. Unsere Reserve hat 3 zu 2 gewonnen. Alle 3 Tore von Joss. Sargent. Naldo auf Transferliste gesetzt. Er ist sogar auf der fucking Transferliste. Wow. Ja, aber wenn er so viel Geld will, ganz ehrlich, ist genau dieselbe Sache wie mit Kruse. Wie soll ich ihm so viel Geld bitte geben? Wir können ihm einfach nicht so viel Geld geben. Was soll ich denn machen? Gut, die beiden Spieler von Bayern kommen her auf jeden Fall. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Verstärken unsere zweite Mannschaft. Maximilian Eggestein ist gesperrt für ein Spiel. Ja, da werden wir Schahen hin tun und dann Bargfrede. Bargfrede einfach als DM. Ja, wir verlieren natürlich damit im Winter unseren Anführer Max Kruse. Das ist nicht so wirklich gut. Dann können wir Klaassen zu einem Anführer machen oder zumindest aufbauen. Moisander wird auch wegfallen. Harnik wird wegfallen. Dann hängt die ganze Mannschaft von Klaassen ab. Plus die, die da unter sind, beeinflussreiche Spieler. Also vielleicht wird Bargfrede der Kapitän. Der ist allerdings nicht Stammspieler. Und dann müssen wir schon überlegen, wen machen wir zum Stammspieler. Wenn Kruse wegfällt, bleibt eigentlich nur Pavlenka oder so. Dass wir den dann als Kapitän machen oder halt schon in den jungen Jahren würde ich sogar überlegen, Maximilian Eggestein zum Kapitän zu machen. Dann wächst er von Anfang an in diese Verantwortung rein. Aber es könnte auch ein bisschen viel Druck sein, ihn jetzt direkt die Aufgabe zu geben, die Mannschaft zu führen. Aber ich denke, das wird einfach die schlauste Entscheidung mit sein. Ja gut, weiter geht's. Leverkusen gibt die zweite... Ach nee, gibt die erste Niederlage heute. Also ich rechne wirklich nicht, dass wir uns gegen Leverkusen in irgendeiner Form durchsetzen können. Haben natürlich in ihrem Heimspiel, aber Arangis mit dem 1-0 nach 17 Minuten. Können wir hier ein bisschen schneller machen. Ja, wir werden hier nicht wirklich eine Chance haben gegen Leverkusen. 2-0 Kevin Volland. Wir müssen überlegen, wie wir unsere Mannschaft verstärken oder auf lange Sicht führen. Gut, bringen wir Fynn Bartels für Harnik. Gegen Leverkusen keine Chance, war schon von vornherein klar. Ja, bringen wir nochmal Jan Fiete ab für Kruse. Ja, der würde ihn niemals ersetzen können. Bargfrede jetzt verletzt, damit müssen wir auch noch in Unterzahl weiterspielen. Da kommt jetzt ja einfach alles zusammen. Selassie nochmal mit der gelben Karte. Aber wir verlieren nur 2-0. Dafür, dass wir am Ende noch in Unterzahl gespielt haben und alles. Ich denke, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es dann am Ende auch war. Sargent wieder mit 3 Toren. Also Sargent aktuell total in Form. Vielleicht bringen wir den ja mal hoch. Moisander, ja komm ey. Geh heulen. Und Hannover 96 möchte Florian Kainz kaufen für 6 Millionen. Das werden wir doch mal direkt verhandeln. Denn Kainz hat ja bisher auch nicht wirklich die Leistung gebracht. Und dann würde ich mal sagen, können wir ihn auch für 6 Millionen verkaufen. Da finanziert sich dann auf jeden Fall mal der ein oder andere neue Spieler. Florian Kainz wechselt damit zu Hannover 96. Das ist sehr gut. Langkampf fällt aus. Ja, das ist auch nicht so allzu bedeutend. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall den Sieg in Mainz, damit wir vorne wieder angreifen können. Ansonsten geht das hier in Richtung abwärts in der Tabelle. Wir können das gewinnen. Auswärts in Mainz. Und wir brauchen diesen Sieg auch unbedingt. Wir müssen vorne wieder angreifen. Und dafür müssen wir heute 3 Punkte holen. Ansonsten entgleitet uns da das europäische Geschäft. Ludwig Augustin zwar mit der gelben Karte. Bisher sonst in der ersten Halbzeit nichts passiert. Und passiert da jetzt noch was vor der Halbzeit? Nein. Und damit müssen wir in der zweiten auf jeden Fall angreifen. Wir werden jetzt Lassi auf links bringen. Ja, das passt noch mehr oder weniger. Oder bringen wir Moisander? Ja, wir bringen Moisander. Pizarro jetzt vorne im Sturm. Kruse auf links. Und wir machen bisher nicht das Tor. Das ist ein bisschen enttäuschend. Und wir brauchen diese 3 Punkte. Claudio Pizarro mit dem Tor. Max Kruse legt nochmal nach. Da müssen wir gar nicht auswechseln. Oder doch, tun wir es einfach. Ja, bringen wir Jan Fiete ab nochmal für Bartels. Einfach egal, der spielt da gar nicht. Aber ist auch egal. Einfach nur, dass Jan Fiete ab mal ein bisschen Spielzeit bekommt. 2 zu 0 Sieg in Mainz. Ja, da kann man auf jeden Fall mal einschlagen. So wollten wir das. So ist alles gut. Bewertung der Neuzugänge-Sensation ist Weso und Arnold. Ansonsten natürlich Paco Alcacer und Delaney bei Dortmund. Ja, das waren Top-Transfers, muss man wirklich so sagen. Gnabry war eine echte Verstärkung. Klar, das war eine echte Verstärkung. Schah ihn auch. Weso in der Mannschaft der Woche gewesen. Gut, damit jetzt der 9. Werder Bremen gegen den 6. Gladbach. Ja, wir werden immer noch diese Mannschaft bringen. Wir haben nicht so wirklich viel Kaderbreite, dass ich jetzt sagen würde, ja gut, wir können den und den spielen lassen. Rechter Mittelfeldspieler, ja, alles klar. Erreicht neue Erfahrungsstufe. Alles gut. Kärcher. Ja, komm, unterschreiben. Passt. Und dann gehen wir wieder mal ins Game gegen Gladbach. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Game wird. Wird ein hartes Game. Raphael schon nach 4 Minuten zur Führung für Gladbach. Geht die erste Halbzeit so durch oder muss ich noch irgendwas kommentieren? Nee, erste Halbzeit geht so durch. Damit würde ich mal sagen, bringen wir Martin Harnik. Geben wir ihm einfach mal die Chance. Und wir bringen Moisander diesmal für Weso. Los, jetzt zeigt es ihnen. Ja, wir werden nicht gewinnen. Wir werden nicht gewinnen. Das war dumm, dass ich das gesagt habe. Egal. Gut. Martin Harnik für Kruse. Vielleicht bringt er ja was. Aber sieht nicht wirklich gut aus. Gladbach kontrolliert das hier. 1 zu 0 Führung. Nuri Sahin mit der gelben Karte. Können wir noch irgendwas machen? Claudio Pizarro vielleicht. Für Vejkovic. Jetzt mit drei Verteidigern und dann mit zwei Stürmern. Also jetzt sehr offensiv hier gegen Gladbach unterwegs. Aber naja, wir müssen es riskieren. Wir müssen hier noch einen Punkt machen. Also ein Tor schließen, sonst wird Gladbach vor uns wegfliehen. Maximilian Arnold mit der gelben Karte. Und ja, hier passiert nichts mehr. 0 zu 1 verloren gegen Gladbach. War jetzt nicht sonderlich gut, aber naja, es tötet uns auch noch nicht komplett. Von daher würde ich mal sagen, alles in Ordnung. Robert Lewandowski, zwei Treffer gegen Dortmund. Damit sind jetzt Bayern und Dortmund punktgleich, aber Bayern hat die bessere Tordifferenz. Ja komm, wieso leidet denn wieder unser Vertrauen? Also so unglaublich scheiße sind wir auch nicht. Ja, die nächsten Spiele werden nichts besser. Da müssen wir gegen Bayern und gegen Dortmund spielen. Also jetzt in Freiburg sollten wir definitiv mal wieder drei Punkte holen und vorne rankommen. Ansonsten wird das jetzt eine wirklich ziemlich, ziemlich eklige Sache. Ja. Christian Streich ist Trainer. Trennt Alexander. Arnold fällt aus. Muskuläre Probleme kommt er bitte noch vor dem Spiel wieder. Ja gut, da bringen wir ganz locker Selassie. Haben wir keine weiteren Probleme mit. Florian Kainz wird wechseln. Und gut, Osako hat Integrationsprobleme. Ja, das ist aber nicht allzu belastend. Denn der wird ja eh bald weg sein. Und joch, gebt euer Bestes. So, jetzt will ich heute aber mal einen Sieg sehen hier in Freiburg beim 17. Da müssen wir zwanghaft gewinnen. Also wirklich jetzt, ich will einfach diesen Sieg sehen. Diese drei Punkte Nuri Sahin in der 17. Spielminute zum 1 zu 0. Yannick Haberer verletzt. Also das läuft auch bisher ganz ordentlich. Sehr schön. Bringen wir Moisander für Augustinsson. Und Jan Fieter ab für Kruse. Gut, Halbzeitansprache natürlich noch. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf. Assistent. Die Stimmung und Teamwork geht ein bisschen zurück. Egal, das wird sich schon alles bessern, wenn wir jetzt hier diese drei Punkte einfahren. Okay, 60 Minuten um. Wir führen immer noch. Noch nicht hoch, aber wir führen. 75. Und Mike Franz mit dem Ausgleich. Oh Mann, Alter. Was ist denn jetzt los hier? Ja, bringen wir Claudio Pizarro. Das war auch wieder eine maximale Schwächung. Machen wir das einfach zurück. Bringen wir Pizarro für Weso. Mann, wir können jetzt hier nicht die Punkte liegen lassen. Es wären zwei verschwendete, absolut verschwendete Punkte. Wenn wir jetzt hier nicht in Freiburg gewinnen. Mann. Ja, jetzt geht es wieder absolut nach unten, oder was? In Freiburg nicht gewonnen. Und jetzt werden wir von Bayern zerfickt wahrscheinlich. Und dann auch noch von Dortmund. Und dann können wir uns vom europäischen Geschäft absolut verabschieden. Ja, toll. Ja, Sargent, den werden wir... Keine Ahnung, sollen wir ihn hochbringen? Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß gerade absolut nichts mehr. Und wie oft ich noch absolut sagen will, keine Ahnung. Wie sollen wir denn gegen Bayern gewinnen? Dann haben wir noch ein bisschen das Spiel gegen Düsseldorf. Das werden wir wahrscheinlich gewinnen. Aber gegen Bayern? Wow. Es kann ja nur eine Niederlage geben. Ja, 830 gegen 930, oder was? Viel Spaß beim Verlieren. Ich glaube da echt nicht an uns, ne, ganz ehrlich. Es ist einfach Bayern. Und wie sollen wir das gewinnen? Alle Spiele aufwärmen? Hallo, habe ich gedrückt? Danke. Gnabry nach 16 Minuten mit der gelben Karte. 30 Minuten umgekehrt. Ohne Gegend. Und Maximilian Eggestein. Nach Vorlage von Gnabry zum 1-0. Aber das werden wir echt nicht... Das werden wir doch nicht halten, oder? Oh, kommt schon, Leute. Erste Halbzeit um. Und schon bin ich motiviert, so richtiger Erfolgsfan. Schon ist er motiviert, sobald es läuft. Vekovic mit nach 5,0 werden wir mal Sander fürbringen. Und sonst können wir nicht wirklich was machen. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Ja, die Mannschaft muss gewinnen. Dazu wird es nicht kommen. Egal, Leute. Haltet es einfach Müller in der 48. schon. Maximilian Eggestein wieder mit dem Tor. Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Maximilian Eggestein heute zwei Tore gegen die Bayern. Damit macht er sich auf jeden Fall mal unbeliebt. Aber trotzdem. Scheißegal. Claudio Pizarro jetzt für Kruse nochmal vorne rein. Mit Erfahrung kann er sich da vielleicht durchsetzen. Maximilian Eggestein erstmal marktwert. Plus 10 Millionen draufgeballert. Thomas Müller schon wieder. Können wir das jetzt bitte einfach halten? Und diesen scheiß dreckigen Punkt mit nach Hause nehmen. Langkampf für... Ja, wir haben keinen besseren Langkampf für Augustinsson. Moisander und Langkampf können wir da noch tauschen, ne? Genau, sehr schön. Und jetzt bringt mir diesen dreckigen Scheißdrecks Punkt da mit nach Hause. Danke! 2 zu 2 gegen die Bayern. Zweimal in Führung gegangen. Zweimal Kontert Müller. Eggestein mit einem starken Game. Ja, komm, das war wichtig, ey. Ganz ehrlich, das war doch so wichtig, dass wir jetzt einfach mal einen starken Punkt gegen die Bayern holen. Und jetzt werden wir einfach Fortuna Düsseldorf auseinanderballern. Und dann war es das mit dieser Folge hier. Also jetzt müssen wir nach Düsseldorf abschießen, uns drei Punkte holen, vorne wieder rankommen. Ja, ansonsten wäre echt kacke. Moisander schon maximal am rumheulen. Ja, toll. Dann kommst du gar nicht erst mit. Ey, komm, ich will jetzt nicht disrespectful sein hier, aber... Komm, ganz ehrlich, Düsseldorf, Mann. Wir haben so einen viel stärkeren Kader. Die sind auf Platz 18. Die haben bisher, ich keine Ahnung, 0 Punkte oder was? Also kommt jetzt hier 30 Minuten gleich um. Los, haut den scheiß Beiler jetzt rein. Danke, Kruse. Nach Vorlage von Eggestein. Wunderschön. 1 zu 0 zur Halbzeit. Läuft bei uns. Gut. Selassie bringen wir dann einfach mal direkt für Arnold wieder rein. Und wir bringen Bargfrede mal für Nuri Shah hin. Dann machen wir noch eine Halbzeitansprache. Wir gewinnen das Ding. Das will ich auch mal erwarten, ja. So gut, der Assistent. Und weiter geht's rein in die zweite Halbzeit. Düsseldorf, komm bitte, wir müssen euch einfach besiegen. 60 Minuten um. Gut, jetzt müsste langsam mal das 2 zu 0 fallen, damit wir hier nicht noch einen Anfall kriegen, wenn die nochmal ein Tor schießen. Claudio Pizarro werden wir dann einfach... Ne, wir bringen Jan Fiete ab für Max Kruse. Der junge Stürmer, der sich nochmal ein bisschen entwickeln muss, bekommt jetzt hier nochmal seine 15, 20 Minuten. Einsatzzeit 1 zu 0 gegen Düsseldorf. Und, ja, 1 zu 0. Aber dafür, dass wir gegen den Nachtzehnten gespielt haben, meiner Meinung nach ein bisschen zu eng. Aber egal, wir haben Düsseldorf besiegt. Das war wichtig. Und wir sind jetzt schon seit 5 Spieltagen auf dem 9. Tabellenplatz. Läuft bei uns. Und beim nächsten Spiel geht es dann nach Dortmund. Sargent wieder mit unglaublich vielen Toren. Ja. Wie ihr seht, Fortuna Düsseldorf mit 0 Punkten. Also da wollte ich gar nicht so disrespectful sein, so irgendwie die niedermachen oder so. Aber die haben nach, ich glaube, 15 Spielen jetzt oder so 0 Punkte. Die gehören in diese Liga gar nicht rein. Tordifferenz minus 35. Und wir lassen in Freiburg schon Punkte liegen oder 2, ja, 2 Punkte liegen. Also dann müssen wir doch wohl mal zumindest gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen. Und was ist das denn? Florian Kohfeldt. Beim HSV. Also das geht ja wohl mal gar nicht, ja. Also was erlaubst du dir eigentlich, Junge? Also Florian Kohfeldt zum HSV, ey. Was ist das, Mann? Weihnachtsfeier? Habe ich was vergessen? Ah, nee, Weihnachtsfeier. Oh. Ja, Weihnachtsfeier sollte ich vielleicht mal machen. Wo geht denn das? Hier. Ein Halm-Turnier können wir auch noch machen, okay. Ja, Weihnachtsfeier kommen. Hier davor Spieleaussprache. Morgen gibt es wunderschöne Zeugnisse. Dann kommen die Zeugnisferien. Ja, wie auch immer ich da jetzt drauf kam. Aber egal, das ist ja immer diese Stimmung. So kennt ihr bestimmt selber, wenn ihr noch zur Schule geht oder bis vor kurzem noch zur Schule gegangen seid. Immer so, wenn man Zeugnisse kriegt, so dieses Entspannte, wir gucken Film oder wir frühstücken. Das kennt doch eigentlich jeder noch aus seiner Schulzeit, oder? Also das sind auch immer schöne Zeiten und das hat mich gerade erinnert mit der Spieleraussprache und der Weihnachtsfeier. Aber ja, ihr seht's, das wird nicht besser hier. Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Also da kann ich schon mal direkt schreiben, so Hammer-Gegner. Und damit endet dann auch die Rückrunde, also mit 0 Punkten. Ja, voraussichtlich. Wobei, diese Woche war wirklich ziemlich erfolgreich. Ein 2-2 gegen die Bayern und ein 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Gucken wir nochmal kurz auf alle Tabellen. Haben wir hier die erste Mannschaft in der Bundesliga. Ja, Bayern drei Punkte vor Dortmund, okay. Düsseldorf noch immer ohne Punkte. Unsere Reserve in der Regionalliga Nord hält sich in der oberen Hälfte. Unsere A-Jugend, wo befindet die sich denn aktuell? Auf Platz 3 in den A-Junior und 4. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich gut. Und unsere B-Jugend läuft so langsam in Richtung Abstieg. Gucken wir nochmal kurz in die Jugendmannschaften rein. Ja, da werde ich Offscreen ein bisschen was sortieren. Genau wie hier auch, da habe ich ein bisschen was sortiert. Jetzt sind aber wieder welche da. Also das werde ich alles sortieren. Des Weiteren werde ich noch mit den Spielern reden. Und ja, Bargfrede im Training böse gefoult. Wow. Ja, und Sargent, wir müssen ihn glaube ich langsam mal hochziehen. Er macht da wirklich viele Tore. Wobei, vielleicht trägt er ja auch die zweite Mannschaft. Also ich weiß ja nicht, ob wir ihn hochziehen. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit heute. Vielleicht mal eine XXL-Folge. Vielleicht 30 Minuten lang oder so. Ich weiß noch nicht. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Und ja, viel Spaß in eurem Leben. Wow, was auch immer, wenn ich euch jetzt einfach mal 30 Minuten aus eurem Leben gegammelt habe hier. Also, ja, was soll ich noch sagen? Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Gut, das war es dann auf jeden Fall mit diesem Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.